In der letzten Folge bin ich nochmal zur Kirche zurückgegangen und hab versucht den Sammelgegenstand zu finden. Hab ich wieder nicht gefunden, also. Ich weiß nicht, wo der versteckt ist. Vielleicht, wenn jemand anderes das weiß, dann kann ich mir das schon helfen. Und mir sagen, wo in der Kirche, der ersten Kirche, dieser Sammelgegenstand ist. Dann kann man da eine Schnellreise nochmal hin machen. Und dann dementsprechend den Gegenstand dann nochmal einsammeln. Was ich gar nicht schlecht finde. Jedes Mal, wenn man hier spawnt, dann sind die Medi-Packs wieder da. Und die ganzen Gegenstände. Vielleicht sollte man doch mal öfters hier hin spawnen. Probiere ich jetzt direkt mal aus, wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe. Und jetzt hier nochmal Schnellreise mache. Ich glaube, da muss ich ein bisschen... Ach, da war es doch gerade. Wenn ich jetzt zudem selber nochmal Schnellreise mache. Sind dann die Sachen wieder da? Ne. Komisch. Dass die manchmal da sind, manchmal nicht. Zum Glück habe ich jetzt wieder ein bisschen Medi-Packs. Die waren mir so ein bisschen ausgegangen. Ach, hier gibt es noch einen anderen. Den lege ich mir auch mal da drauf. Und wenn man spawnt, sind die... Sind die Viecher halt alle wieder da. Zwar sehr gering halt. Mit der geringen Energy. Aber... Auf jeden Fall kommen die wieder. Die hatte ich ja erledigt. Die habe ich noch nicht erledigt. Da kann man auch nicht hin. Ich dachte, man könnte vielleicht da Schnellreise hin machen. Naja, ich gehe erstmal hier hin. Ähm, dann gucke ich mal, was da ist. Weil wir müssen ja jetzt wieder zur Hauptstadt hin. Und gucken, ob es da weiter geht in der Hauptmission. Und die verfolge ich jetzt erstmal. Ist gar nicht so weit. Sieht auf der Karte immer sehr groß aus. Und in Wirklichkeit rennt man da relativ schnell hin. Ich meine, es wäre natürlich toll, wenn man da auch mit dem Auto oder sowas fahren könnte. Das wäre richtig, richtig genial. Aber das fehlt ja noch. Ähm, was ich nochmal kurz machen kann. Ich kann mir nochmal mein Profil nochmal angucken. Und nochmal ein bisschen umdesignen. Da haben wir ein paar Sachen jetzt gekriegt nochmal. Hm. Das ist natürlich sehr getarnt. So, Hals haben wir noch gar nichts. Jacke. Ach, wir gehen immer auf Karte. Ich muss hier drunter klicken. So, Hemd können wir noch wechseln. Das andere sah auch doof aus. Hier, das passt doch gut. Hose. In Rot passt eigentlich auch noch ganz gut. Hände können wir nochmal machen. Erstmal Handschuhe drüber. Ja, dann nehme ich... Oh, hier die Roten. Na, jetzt habe ich schon wieder falsch geklickt. Handgelenke. Kann man sich nur eine Uhr rum basteln. Warum nicht? Eine Käsio. Eine stylische Käsio. Jetzt fehlt nur noch rote Schuhe. Ja, Orange. Ne, da müssen wir schon die Schwarzen nehmen. Sonst sieht es nicht aus. So, und weiter geht's. Hier können wir noch vielleicht ein bisschen looten. Ja, können wir. Munition. Und nochmal Munition. Und nochmal, wie viel Munition die alle bei hatten, aber doch gar keine Waffen. doch sehr interessant, also... Hier eine Kassette. Und, äh... Sammelgegenstand. Ach, guck mal an. Yippie. Yippie, Yippie. Sammelgegenstand. Yippie. Können auch hier weiter an der Küste vielleicht schon lang gehen. Vielleicht gibt es da noch Sachen. Die so nicht eingezeichnet sind, aber ich glaube es ja nicht. Außer jetzt hier der LKW, der war natürlich was. Sammelgegenstand auf dem Weg nochmal gefunden. Die kann man ja, glaube ich, auch sehen hier irgendwo, die Sammelgegenstände. Ähm... Wo war das nochmal? Hier, Sammelgegenstände. Was konnten wir hier noch machen? Tutorials, Statistiken. Bei Fertigkeiten kann ich jetzt hier anscheinend... Ach, ne, das kann man alles grün machen. Das geht noch nicht. Ich hab ja noch eine. Was können wir denn da freischalten? Das haben wir ja schon. Ne, haben wir auch noch nicht. Das haben wir. Das kann man nochmal kaufen. Ach so, nochmal verdoppeln. Aber eigentlich... Dachte ich, man könnte vielleicht sein Inventar so ein bisschen erhöhen. Hier, Tragekapazität. Also eigentlich müssten wir hier das hier ausbauen. Ausdauer erhöht die maximale Ausdauer. Ach, dann kaufen wir das mal erstmal. Dass wir hier... Dann wird das Lauftempo noch schneller. Ach, können wir das auch noch kaufen? Ne. Da haben wir nichts mehr. Okay. Und vielleicht sollte ich hier nochmal ein bisschen was davon knufen. Einfaches... Okay, das Einfache, das macht nur so ein bisschen. Und das Standard, das macht schon mehr. So, und da sind wir schon fast in dem ersten Objekt hier, was ich untersuchen wollte. Da sind auch direkt schon wieder Viecher. So, Beute und ein Sommergegenstand. Huch, wo ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, der hat das hier mit dem Schiff dann. Verdammt. Warum werden die jetzt nicht angezeigt? Eieieieiei Noch einen hier gehabt oder da unten? Nichts drin hier. Hat da noch was? Das ist ja schon mal richtig mau. So was haben wir hier hinten noch? Noch vier Sachen kann ich hier finden. Und ich meine es war noch ein sammelgegenstand irgendwo. Roland? Är du da? Du musst du hjälpa mig. Jag är ju uppe vid slottet. Du hörs något konstigt skjutande någonstans. Ingen svarare i salthand längre. Göste nämnde en gång att ni har alla jaktgrejer hemma hos dig, eller hur? Ach, ströndsamma. Ja, da bin ich und komme zu dir hin. Mhm. Das wäre wahrscheinlich die Mission gewesen zur Burg. Also was mich so ein bisschen stört ist, dass der Sichtbereich der könnte ruhig ein bisschen größer sein. Also ich kenne das irgendwie so vom Battlefield oder sowas. Da kann man doch ein bisschen mehr nach rechts und links gucken. Also die Sichtwelt ist da ein bisschen größer. Das finde ich hier doch ein bisschen eingeschränkt. Das irritiert mich so ein bisschen. Ah, hier ist ne Waffe. Hehe. Was ist denn da? Ähm. So ein Jagdgewehr. Das ist ja das, was wir auch schon hier haben. Genau das gleiche sogar. Also eigentlich brauchen wir das nicht. Naja. Also gucken wir mal weiter. Was hier noch so alles ist. Hm, das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Hier noch den Schuppen. Nischt. Habe ich hinten noch den Raum vergessen? Oder war ich da drin? Ne, da war ich drin gewesen. Was wieder, irgendwo. Da steht da drin. So, ein Abladen. Eieieieieiei. Das springt da auf innen. Und hier ist mal wieder gar nichts drin. Ganz schön mau hier, Mauer Bauernhof, auch nichts hier. Hier. Das war's für heute. Ich hab weggerannt. Ich hab weggerannt. Okay. Gut, hier ist noch so ein Hütchen. Da gucke ich noch mal kurz. Oh, das sieht also noch gar nichts aus. In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ähm. Hm. Relais-Antenne? Hier? Ich war doch hier oben. Dann bin ich hier runtergerannt. Da wollte ich eigentlich hin. Okay, dann bin ich hier. Ja. Ja. Tadam. Zerstört. 500 Points. Wird hier immer noch angezeigt? Ja. Also Sehenswürdigkeit. Und die Antenne nicht mehr. Nein. Da wäre so ein Ding gewesen zum, können wir ein neues wieder mitnehmen hier. Das Ding, die... Diese Antenne, die steuert? Oder wofür soll das gut sein? So, hier wollte ich jetzt noch mal hin. Das sieht wie ein Bunker aus. Ah, hier gibt es zwei Relais-Antennen. Aber hier kommt man anscheinend nicht rein. Tür von dieser Seite wird auch technisch gar keinen Sinn machen. Aber wo soll hier die zweite Antenne sein? Ja, oben drauf noch. Beute und Relais-Antennen. Ach nee, eine Beute noch. So war das, habe ich mich verlesen. Okay, dann gehe ich mal zum nächsten hier. Das hier. Und das auch ein Bunker. Und das auch ein Bunker. Und das auch ein Bunker. Okay. Ist das hier bestimmt auch ein Bunker? Aber kein Eingang zum Bunker. Oh. Oh, nein. Ah, hier ist die Stadt wohl. Ja, genau. Dann kann ich da jetzt mal hingehen. Oh, Polizei-Auto. Da müssen noch Waffen drin sein. Also gar nichts. Doch hier. Ein Fernrohr. Was brauchen wir denn nicht hier? Das ist das Pflichtwort. So, was machen wir mit dem Fernglas hier? Ach, äh. Zielfernrohr. Ein- bis vierfach. Oh, wo sind eigentlich meine Waffen denn? Ach, da sind sie wieder. Ein- bis vierfach. Also weg brauchen wir nicht. Hm, da sind wir in der Stadt. Eine Waffe gibt's hier. Und 40 Gegenstände. Jetzt noch mal ein 30. Ich- Okay. Ist das nicht? Oh, das ist doch gar nicht. Ich- Stehe. Ich- Da rennen doch bestimmt wieder irgendwo Viecher rum. Also zumindest sieht man keine People hier rumlaufen. Oh, hier geht's so ein Bunker. Oh, jetzt komm ich in die Bunkeranlage. Wo ist er? Wo ist er? Eieieiei. Eieieiei. Das war ja schon schlecht. Und wir suchen das Licht. Das Licht, das Licht, das Licht, den Lichtschalter. Beute 41. Da bin ich ja beruhigt. Und dann bin ich nicht. Ähm? Hm. Eieiei, wer weiß, was hier wieder für Viecher rumrennen. Auch nicht schlecht, der Strom ist aus, aber, äh, ist doch nicht aus. Licht geht. Was liegt hier? Kontaktliste der Zivilverteidigung. Oh, vier bis acht, hm. Wo habe ich jetzt mein, äh, mein Fernglass hingetan? Hä? Ach, mein, mein, äh, Vergrößerungsmoppet. Sehe ich hier gar nicht. Ist irgendwie verschwunden jetzt, das Zielfernrohr. Und die Kiste kann ich nicht mehr aufmachen. Eieiei. Jetzt steht es da oben, dass ich es aufgenommen habe, aber ich sehe es hier nirgendwo. Vielleicht brauche ich den Quatsch hier eigentlich, Notfallfackel. Was haben wir hier? Feuerwerkskörper. Feuerwerkskörper. Viel Quatsch hier. Hm. Ja, gut, Zielfernrohr ist erstmal weg. Ist da keine Lichtschalter? Karte. Aber was mache ich mit der Karte? Ich bin jetzt eingesammelt hier. Ich habe jetzt mehr Häuser hier zu sehen. Oder wo sind die Sachen jetzt hingekommen? Hier unten? Ne, Moment. Missionen. Tutorials. Statistik. Hm. Oh, Gott. hier geht es runter da könnte schon wahrscheinlich ein schalter sein finde die häuser derjenigen die für die zivilverwaltung zuständig sind haben wir eine neue mission hier forellbacken drei olifiska respekten und so weiter und so weiter also vier leute müssen wir anscheinend finden und hier haben wir auch die karte aber da kann ich auch nichts mitmachen hier da sind ja die häuser angezeichnet das sind drei da da und da das ist der brief und das habe ich anscheinend noch nicht gefunden und das auch noch nicht das heißt unten sind immer die das sind die sachen die man sich dann angeguckt hat okay verstehe was haben wir jetzt hier da fehlt noch findet die vier häuser okay das machen wir jetzt sehen wir auch hier mal ein bisschen mehr mache ich jetzt überall gewesen dass wir in die toiletten ja genau da geht's raus und dann würde ich sagen schauen schauen wir uns in der nächsten folge hier suchen wir die häuser wir hatten ja die karte hier und ich denke das ist eine ganz gute idee jetzt zu unterbrechen und wir sehen uns dann in der nächsten folge macht's gut leute